Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming. Wir sind wieder in Empire at Warming with Thrones Revenge Mod und wir sind I bei Eyal Shah, weil ich einfach absolut keinen Bock mehr hab, dass die Zernpedal angreifen. Das war jetzt glaube ich der fünfte oder sechste Angriff, Zernpedal ist mehrmals gefallen, mussten wir uns wiederholen. Ich hab nur ne relativ kleine Flotte, ich würde aber hoffen, dass ich, wenn ich relativ nah hier an diesen Invincible Dreadnoughts auftauche, die den Vorteil ihrer Raketenwerfer gar nicht so ausnutzen können, dass die Raketenwerfer halt so ne mega hohe Reichweite haben. Und die machen zwar noch viel Schaden, aber ich kann trotzdem sofort zurückschießen. Also es ist nicht so, dass die dann den Schaden machen und ich halt erstmal fliegen und fliegen und fliegen muss, bis ich endlich zurück auch Schaden machen kann. Aufschlagsraketenwerfer, schnell alle vernichten, einmal auf die Engines gehen, aber das ist hier so ne wirklich Schrottfraktion, wie die Corporate Sector Authority, mich so nerven kann. Klar, die haben die Bullwarks, klar die haben die Duke Rikes, aber ansonsten ist das halt alles nur alter Schrott, den die haben. Und Geld, Geld haben die wahrscheinlich, also Indian Universe zuhauf. Hier nicht so viel, weil die nicht so viele Planeten haben, aber, ähm, ja, keine Ahnung. Nervt auf jeden Fall sehr, deswegen gegen die Corporate Sector Authority muss jetzt vorgegangen werden. Ja, der Rekki sind da hinten, da müssen wir noch aufpassen, aber ansonsten, gut. Hatte ich mir schwieriger im Ernst zu sein vorgestellt. Sehr schön, dass es nicht so schwierig geht. Oh, gehen wir auf den Rekki sind. Nehmen die Engines, falls der fliehen will. So, hier hinten drauf. Sehr schön. Kannst du das jetzt mal hier vernichten? Okay, wir nehmen ein bisschen hier kleinere Schiffe auch auf unserer Seite mit rein. Denn warum nimmt er jetzt so viel Schaden? Ähm, das gefällt mir natürlich nicht. Der Ascendancy Stardustrayer soll schon noch überleben. Und er schafft es auf die Entfernung scheinbar absolut nicht. Irgendwas hier. Unsere Jäger. Jäger dürfen jetzt den Ascendancy Stardustrayer verteidigen, bitte. Du fliegst einfach in die Richtung, du bleibst hiermit an. Und du repräst den bitte weiter. Hier ist hier drauf. Keenny Gosse können nochmal mit hier rein. Ein bisschen mithelfen. Nur den Marauder, dass der hier auch nichts mehr machen kann. Sehr schön. Geht auf das, was in weitesten Händen ist und sie fliegen. Perfekt. Perfekt. Damit können wir mal probieren, er als Schadenboden einzunehmen. Hat ja nur drei Bauslots. Müssen wir mal gucken. Bedeutet nicht so viele Sachen zum Bauen. Ich vermute mindestens eine Mine. Bedeutet aber auch, hier können wir eine Mine holen. Weil Sernpedal dann deutlich unwahrscheinlicher ist, angegriffen zu werden. Greifen wir jetzt an oder werden wir angegriffen? Ich glaube, wir werden angegriffen. Wir haben vorhin zurückgeschlagen und jetzt werden wir halt wieder angegriffen. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Und ich muss schauen, dass wir Kuat und Coruscant weiter aufbauen. Dass wir dann mit der Flotte, die jetzt über Coruscant sitzt, hier oben hin können. Und die Flotte, mit der wir gerade eher als Schaden gerufen haben, nach Coruscant zurückkommt. Aber erstmal jetzt gucken, das ist halt ein Sternzerstörer. Was wollen die machen? Der Intego dürfte ausreichen, um den Sternzerstörer zu vernichten. Aber wir nehmen den Syndic natürlich auch mit. Dann haben wir noch ein paar Jägerchen dazu, die nicht so viel bringen werden wegen den 5C-90s. Aber, ich meine, ein bisschen ablenken können sie. Vor allem, solange derer Dings nicht hier mit eingreifen, deren Jäger. Und fließt. In der Hoffnung, ja, er kommt weg. Aber jetzt hat mein Intego volle Schilde. Der hat nicht mal ansatzweise Schilde mehr. Geh auf die Engines, falls er fliehen will. Wenn er schlau gewesen wäre, hätte er gar nicht erst angegriffen oder wäre sofort gefroren. Keine Ahnung. Hörst du da mal an, bitte. Nicht hin, sehr schön. Das war dumm von Sinch, aber okay. Ihr kommt hier nach Eosha. Kurz mal Pause machen. Der Syndic hier ist fertig. Das ist gut, der muss zur Flotte hier bei Coruscant. Oh nein, das habe ich vergessen. Das habe ich vergessen. Dass die Kontrolle über Mandalore haben, ist sowas von nervig. Wir haben immerhin drei Mortar TATs. Das ist machbar, aber mit dem Geld halt extrem schwierig. Die Frage ist, Ortbeiner. Diese Tax-Collecting Agency bringt mir halt so überhaupt nichts. Ich mach plus minus 50, deswegen reißen wir die jetzt einfach mal ab. Dann haben wir ein bisschen mehr Geld. Oh mein Gott, das war kein Tax-Collecting Agency. Das war so ein Influence-Gebäude, oder? Oder war es ein... Ach, ist auch egal. Es ist auch egal. Gibt es hier noch irgendwo... Oh, Trasi. Irgendwo irgendwas, was ich abreißen kann. Irgendwelche Base Defenses. Hier, guckt mal. Angst Miner wird nochmal angegriffen, wo wir so weit... Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Können wir die beiden einfach abreißen und haben wieder 3000 Credits. Haben wir bei Bastion noch was? Nein. Da hält es Gafir. Sowieso nicht. Gabridor? Auch nicht. Okay. Äh, Orinda? Nein, sehr gut. Gut, Oroko könnte sein, aber... Da haben wir halt Merkur, was jetzt halt eingenommen werden könnte. Dann wäre Oroko wieder. Aber wir haben 3400 Credits. Damit können wir ein paar Flugabwehrgeschütze bauen und ein paar Reparaturtürme. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob meine Einheiten gut positioniert sind. Da hätte ich vielleicht nochmal nachgucken sollen. Aber gut. Wir schauen einfach mal und gucken, was passiert. Wenn wir starten dürfen, dann. Danke. Oh, das ist nice, dass wir hier direkt... Ach, es ist die Map. Okay. Das ist schwierig, weil wir natürlich hier mehrere Herangehensweisen haben, dass die über zwei Seiten kommen können. Ihr hier lang. Ihr hier runter. Aber ich schicke den mal da hin. Ihr beiden dürft hier mit hin. Ihr kommt hier mit lang. Der Morsal T-AT. Ah, ich schicke die... Wenn die hier stehen, sind die relativ flexibel und können hier oben und hier unten treffen. Hier müssen wir einen Anti-Fahrzeug-Turm hier in der Repair-Station. Wobei, deswegen schicke ich ihn vielleicht auch lieber da hin. Da haben wir die Möglichkeit, eine Repair-Station zu bauen. Wenn die hier hinkommen... Wenn natürlich hierhin geschickt wird. Hier holen wir einen Anti-Fahrzeug-Turm. Ich denke mal, da ist ein guter Punkt für den Anti-Fahrzeug-Turm. Hier, hier lang. Da vielleicht noch einen Anti-Fahrzeug-Turm. Ich weiß es nicht. Hier auf jeden Fall eine Repair-Station. Hallo. Ich will hier eine Repair-Station bauen. Danke. Du drehst dich um. Hier ein Anti-Fahrzeug-Turm. Haben wir irgendwas an Anti-Fahrzeug-Turm? Oh, wir haben einen einzigen. Das ist natürlich... Einen Flame-Tag. Das ist nicht viel. Hier bitte auch nochmal... ...un Anti-Irgendwas-Turm hin. Du hierhin. Du hierhin. So an beiden Enden. Aber vielleicht nicht unbedingt von der Bombardierung vernichtet werden. Ich glaube, die hätten jetzt ATS-Tis. Das ist eine Artillerie, ne? Du gehst schon mal ein Stück weit. Anti-Fahrzeug-Turm, bitte. Hier nochmal ein Anti-Fahrzeug-Turm. Da wahrscheinlich ein Anti-Fahrzeug-Turm, falls die weiterkommen. Nein, ich möchte hier bitte die Infanterie einhalten. Danke. Hier kommt man hier lang. Und du darfst... Ich wollte gerade sagen, du darfst einfach mal da lang gehen. Das ist aber gut, dass jetzt hier alle parat sind. Oh mein Gott, das sind doch mehr Artillerien, als ich dachte. Kannst du die treffen? Kannst du? Das ist gut. Du auch. Das Problem ist Artillerie, ist halt absolut mein Tod. Aber, wenn da jetzt drei Artillerien sind, könnte es sein, dass die sonst nichts haben, um die zu verteidigen. Was seid ihr? Ihr seid einfach Sturmtruppen. Deswegen einfach mal gucken, was passiert. Du mit auf die Artillerie. Ich dachte, die hätten nur zwei Artillerien. Versucht es. Mehr kann man nicht tun, als versuchen. Okay, Kendra Stank. Damit ist mein Plan nicht aufgegangen. Du kommst mal zurück, versuch dich hier heilen zu lassen. Und wir müssen einfach drei Artillerie gegen drei Artillerie schicken und hoffen, dass es funktioniert. Gut. Du darfst auch versuchen, dich heilen zu lassen. Du ebenfalls. Und hier oben scheint nichts zu kommen. Deswegen kommt ihr mal hier runter. Immerhin, die eine Artillerie ist fast Schrott. Das ist gut. Und eine meiner Artillerien schicke ich jetzt hier rauf. Der ist aber auch fast vernichtet. Okay, die anderen Artillerien sehen wir jetzt nicht mehr. Aber es waren drei Kendra Stanks. Das weiß ich. Wenn wir jetzt einen schon mal vernichten, wäre das gut. Ohne Verluste. Noch besser. Du kannst da nochmal einen Antifahrzeugturm hinholen. Schön, dass die Warnscrew hier ihre Arbeit tun. Dann geht mal hier drauf. Das Build-Part darf auf jeden Fall nochmal einen Antifahrzeugturm holen. Und wir kommen hier lang. Na gut, nicht die Heiler hier. Nicht unbedingt, aber alle anderen. Ihr dürft ein Stück nach vorne kommen. Was ist mit euch? Ihr braucht aber lange, um da repariert zu werden. Aber das ist dann so. Uh, da sind sie wieder. Okay. Bleibt hier an. Vor allem so lange die... Schade. Aber gut, ihr müsst ein bisschen weiter nach vorne. Habe ich verstanden. Anti-Fahrzeugturm und hier nochmal ein Anti-Flugturm auf jeden Fall. Lustig wäre es, wenn ich jetzt einfach deren Dings hier einnehmen könnte. Weil die Bombardierung müsste theoretisch gleich kommen. Ja. Ihr beiden hier lang. Du baust dich schon mal auf. Du baust dich jetzt auch auf. In der Hoffnung, dass ihr weit genug vorne seid. Du, was... Ah, Stammtruppen. Aber es ist auf jeden Fall ein Versuch wert, wenn die sich hier sonst nicht gut aufgestellt haben. Okay, ihr drei, geht auf die Artillerie, bitte. Bewegt sich mal ein bisschen, wird du jetzt wahrscheinlich vernichtet. Das ist dann so. Hier setzt euch alle in Deckung. Die Artillerie nimmt auf jeden Fall Schaden, das ist gut. Jetzt kommen hier Bomber. Oh Mist. Oh Mist. Ich weiß aber auch nicht, was ich sonst noch tun soll. Außer... David, der kann vielleicht einen Bomber vernichten. Aber die beiden werden vernichtet sein. Aber wo werfen die denn erst ihre Bomben? Okay, doch. Haben beide vernichtet. Das ist extremst schlecht. Du baust dich wieder auf. Ihr drei kommt wieder hier hin. Okay. Es ist in Anführungszeichen nur... Nimm die Artillerie da hinten, bitte, aufs Korn. Nur zwei Artillerien, aber die sind halt echt wichtig für mich gewesen, ne? Aber die kann ich neu aufbauen. Wichtig ist, dass wir Mercury nicht verlieren. Sind halt eine Menge an Credits, die wir verlieren würden. Wenn wir hier die ganzen Beute und so nicht mehr hätten. Zweiter Calendrous Tank vernichtet. Sehr schön. Oh, die sind alle vernichtet worden. Vom ATSD hier. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Schade. Ähm, aber jetzt haben die noch einen Canderous Tank, den die holen können. Mit ein bisschen Glück könnten wir hier die Artillerie stürmen. Kommt, nehmt euch eben den ATSD vor, bitte. Danke. Schnell, 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 schnell. Wovor hier irgendwas anderes passiert. Was? Auf die Distanz kann der den treffen? Kannst du den auch treffen? Kann der da nicht. Aber die Artillerie war einmal. Das ist richtig gut für uns. Nehmt euch den Canderous Tank vor. So schnell vernichtet ihr euch nicht. Ist natürlich blöd mit dem ganzen... Na, ein Stück zurück. Vor allem du. Du darfst hierbleiben. Du hast nicht viel verloren an Leben bisher. Und du gehst jetzt, befälligst dir auf den Canderous Tank, bitte. Alle abhauen. Bleibst du mal stehen. Junge, was machst du da? Ich habe beiden befohlen, die es dir abhauen sollen. Und der bleibt einfach stehen. Du haust auch ab. Ist dann aber auch der letzte Canderous Tank, den die haben. Hoffe ich zumindest. Wir beiden hier. Kommt bitte mit. Er wird auch vernichtet sein. Okay. Alle Einheiten auf den Canderous Tank hier drüben. Wir haben viel verloren, aber Merker bleibt unser. Das ist schon mal... Das ist gut zu wissen. Damit können Base Defenses auch bald dann hier errichtet werden. Und hier sollten wir langsam auch mal ein paar Defenses aufstellen. Oh, das ist so mies. Das ist richtig mies. Aber es ist... Das ist machbar. Die Sache ist halt... Wir werden jetzt Coruscant für eine kurze Zeit unbewacht lassen. Wir schicken die nach Sernpedal. Und ihn... Pause. Er wird hier nach... Ich will den doch nur nach Angst Miner schicken. Lass mich das doch bitte machen. Den Befehl geben, während ich pausiert bin. Ich hasse das so, so sehr. Wenn ich eine einzige Sache an diesem Spiel ändern könnte, dann wäre es, Flotten und Einheiten Befehle zu geben, während man pausiert ist. Warum zur Hölle funktioniert das nicht? Warum geht das nicht? Lass mich das doch einfach bitte machen. Aber egal. Egal, egal, egal. Wir haben hier eine Hyper-Velostigan. Was wollen die überhaupt? Was wollen die überhaupt von mir? Oh mein Gott. Ich dachte, ich hätte erst die Hyper-Velostigan aktiviert, als sie sich schon bewegt hat. Ich bin einfach genervt. Es sind wieder 1300 Credits, die wir verloren haben. Aber hätte ich gewusst, dass ich die Hyper-Velostigan habe, das hätte ich auch gewinnen können. Hätte ich mich mal nur daran erinnern müssen. Gut. Muss ich beim nächsten Mal machen. Wir holen hier eine neue Brask, die Fernstation. Ist dann so. Retreat aborted. Pause. Ich möchte dich gerne nach Aang's Miner holen. Das wäre sehr nett. Und hier bei Eol-Shar können wir jetzt mal gucken, dass wir den Planeten kriegen. Damit Serenpedal auf lange Sicht sicher bleibt und wir da eine Mine holen können. Das wäre sehr nett. Liebes Spiel, wenn das gehen würde. Lass mich das also bitte machen. Warum haben die hier so viele Strike-Breaker? Okay, die Map ist auch grauenhaft zu verteidigen. Ich meine, das ist jetzt auch richtig blöd für mich zum Angreifen, aber die ist auch schlimm zum Verteidigen. Ob das so viel besser als Serenpedal ist, weiß ich nicht. Hier machen wir auf jeden Fall eine Repair Station. Versuch hier hinzukommen, das wenigstens zu kriegen. Pause dich auf. Ihr beiden bleibt bei dem. Ihr beiden fahrt mit. Können wir hier noch was bauen? Können wir noch einfach normale Soldaten. die uns ein bisschen unterstützen können, hoffentlich. Warum bleibt der hier? Ich verstehe es nicht, aber gut. Die Frage ist halt, was wir hier kriegen. Wir kriegen auf jeden Fall eine Bernard Sansa Array, würde ich sagen. Ist halt die Frage, was sonst noch so. Ob da irgendwo ein produzierendes Gebäude ist, oder was da noch so sein könnte. Ich weiß es nicht. Mit der Bombardierung würde ich am liebsten hier drauf gehen, aber wir haben nichts, womit wir das freisetzen können. Es sei denn, da ist wirklich eine Bernard Sansa Array. Aber da kommen die ersten Strikebreaker. Natürlich, wie sollte es anders sein? Kann der da drauf schießen? Kann er nicht. Auch hier, wie sollte es anders sein? Die haust bitte ab. Ihr alle zusammen geht auf den Strikebreaker. Du darfst ein Stück weiter vor, du darfst ein Stück weiter vor. Du kommst hier zurück zum Reparieren. Okay, so weit vor müsstet ihr aber auch nicht kommen. War das gerade der Strikebreaker? War das die Zerstörungsanimation des Strikebreakers? Oder war das, was da so ganz wild rumgeflogen ist? Da ist das Abundance Sansa Array. Oh mein Gott, was kriegen wir hier raus? Ein Juggernaut? Einen kleinen A4 Juggernaut nur, aber ein Juggernaut. Nimm ich. Und mit dem Sensor Array können wir einmal gucken, was die hier haben. Damit können wir ein bisschen abschätzen. Okay, eine Mine und hier kommen natürlich Strikebreaker raus. D, okay da. Das heißt, wir müssen diese Strikebreaker Highway Factory vernichten. Ihr bleibt hier stehen. Hier machen wir eine Repair Station. Wehe, die wird vernichtet. Dann bin ich sauer. Da kommen wieder Einheiten. Ihr dürft ein bisschen weiter vor. Warum habe ich eigentlich die noch nicht reingeholt? Hallo. Ich hätte euch gerne hier. Sehr schön. Ich meine, vielleicht haben die hier auch nur einen Strikebreaker gehabt. Und ansonsten eine Menge an Infanterieeinheiten. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Ihr geht jetzt auf jeden Fall hier mal gucken. Uh, da kommt was, was mir nicht gefällt. Ihr dürft das hier mal einnehmen. Ihr dürft hier lang. Und wir schauen, dass wir hier nicht sofort kaputt gehen. Ähm, und wir gucken, dass wir jetzt... Da bin ich kurz unterbrochen worden. Ähm, ich schicke jetzt hier aber trotzdem die Bombardierung raus. Oh mein Gott, der hat gerade soeben überlebt. Äh, aber das ist jetzt auch nicht so viel hier. Oh, der Juggernaut hat es rechtzeitig geschafft. Sehr schön. Das ist weniger schön, dass hier so viele Strikebreaker noch hocken. Aber ich denke, zwei von denen, wenn die es schaffen, noch zu zweit durchzukommen, das dürfte reichen. So, und da müssen wir mal gucken, wie viele Juggernauts hier an Strikebreakern ausrichten können. Und ob wir nicht vielleicht auch gleich die andere Bombardierung auf... Jawohl, auf eine Gruppe an Strikebreakern, zwei, drei Strikebreaker richten. Schauen wir mal. Uh, uh, okay. Setzt euch hier rein. Versucht zu überleben, so gut es geht. Du kommst mal ganz zurück. Ich brauche mich gerade nicht mehr. Wie setzt dich in Deckung? Und die Bombardierung lässt jetzt nicht mehr lange auf sich warten. Also die Orbitalbombardierung. Zurückziehen! Aber gut, dass ihr hier schon mal ein bisschen was... Okay, der erste ist vernichtet worden, aber... Gut, alle in Deckung setzen bitte. Ah, die merken, hier oben werden Strikebreaker gerade extrem angegriffen. Ich will jetzt aber auch Erlschar wirklich, wirklich für mich kriegen. Die Frage ist halt, würden die beiden noch einen großen Unterschied machen? Hier kommt man hier zurück. Uh, da ist noch ein Anti-Flügturm. Ein einzelner Strikebreaker ist gar nicht so schlimm, aber halt... Und mehrere so auf einem Haufen sitzen. Das ist schon uncool. Uh, wir können Bombardieren. Perfekt. Damit dürften wir hier beide kriegen. Und wir gucken mal, dass wir die vielleicht von oben auch abschneiden. Okay, das hat jetzt nur einen vernichtet. Oh, das ist gefährlich nahe hier. Brave hier lang. Oh, Anti-Fahrzeug-Turm. Hier geht bitte alle auf den Anti-Fahrzeug-Turm. Kommt ihr hier auf ihn. Du musst bitte ein Stück zurückkommen. Den verdienen wir jetzt auch noch. Wie viele verdammtes Strikebreaker habt ihr denn noch? Oh, der sitzt jetzt hier auf mich drauf. Okay, das bedeutet aber auch... Das ist gar nicht schlecht. Oh mein Gott, wir verlieren viel zu viele von unseren Flametanks. Aber die sind halt gute Schadenstanker. Muss man einfach so sagen. Die haben gute Schilde. Oh mein Gott, der hat es überlebt. Hätte ich nicht für möglich gehalten, dass der das überlebt. Brave, du kommst dich hier drum. Und wir haben nur noch unsere vier Gelsians. Das ist extrem schade. Aber es ist immer noch machbar. Es ist immer noch machbar. Vor allem, wenn wir Infanterie mitnehmen. Um die gegnerische Infanterie fertig zu kriegen. Wir können bombardieren. Ich werde es auch versuchen. Keine Ahnung, ob das durchgeht. Aber man muss es versuchen, weil ich glaube, so großartig viel andere Sachen haben nicht mehr. Na, das geht durch. Sehr schön. Hier, alle zusammen. Kommt jetzt bitte mal hier lang. Ja, da kommen also auch keine Einheiten mehr raus. Perfekt. Haben auch keine Ahnung, keine Ahnung, Gebäude mehr. Das heißt, wir haben Infanterie noch vernichten. Und dann müsste es das gewesen sein. Und dann den Fahrzeugtürm. Das ist sonst zu gefährlich. Da ist noch ein bisschen was an der Infanterie. Du darfst mal abhauen. Komm schon, das muss doch jetzt gewesen sein, oder? Immer noch nicht. Sag nicht, die haben da oben wieder sich das Ding da geholt. Ich muss mal gucken. Das wäre extrem nervig. Nee, haben sie nicht mehr. Okay. Baut euch mal hier auf. Irgendwo in einem Bunker oder so müssen die also noch sitzen. Ihr könnt... Der Scout darf mal ein bisschen fahren. Und dann... Müsstet ihr euch schauen, es gleich gehören. Okay. Ah, da sind noch welche. Da sind noch welche, die hier neue Sachen bauen. Sind sie natürlich nicht mehr da. Okay. Da sind sie jetzt. Komm schon, seid die Letzten, bitte, seid die Letzten immer noch nicht gewonnen. Nicht nur bevor das zu viel... Oh, da sind noch welche. Schön. Jetzt reicht's aber, ne? Jetzt reicht's. Aha, gewonnen. Sehr schön. Eol-Schar gehört uns, Leute. Der Eol-Schar ist unser Drei-Flame-Tanks verloren. Das ist ne Menge. Aber... Aber wir... Wir leben noch, sozusagen. Ähm... Und lasst uns mal gucken, wo die Flotte ist. Dauert natürlich jetzt lange, bis wir eine Flotte wieder bei Coruscant haben. Da müssen wir extrem vorsichtig sein. Lasst es doch einfach mal mit euren Pizzle-Flotten hier. Nervt mich das. Wir haben leider immer noch keine Hyper-Velosti-Gun hier. Das müssen wir schnell ändern. Aber hier werden wir dann wohl am Boden wieder angegriffen. Was nicht gut ist. Vor allem, weil wir nur ein Mord-HT-LT hier haben. Schauen wir mal. Komm schon. Die Frage ist halt, kriegen wir das hin, die Flotte zu splitten? Dann haben wir bessere Chancen. Das dürfte machbar sein, aber gegen zwei Sternzeister ranzutreten ist schon eine Herausforderung mit der Flotte, die ich hier habe. Ein Muckereer noch hierhin. Dann gucken, was passiert. Dreht einer ab. Dann müssen wir uns den als Einzelnen rauspicken. Um den zu vernichten. Das ist gar nicht so schwierig. Weil wir den dann auch von hinten angreifen können, wird er am Anfang gar nicht erst Probleme uns machen können mit seinen Waffen, die ja in die andere Richtung ausgerichtet sind. Vielleicht bin ich ein bisschen zu nah dran geflogen, aber bis der wirklich uns angreifen kann, wird er seine Hauptwaffen verloren haben. Sehr schön. Das kann uns die Möglichkeit geben, noch einen von denen zu vernichten, aber halt kann nicht umdenken muss, ne? Oh mein Gott, ich flieh! Oh, perfekt! Perfekt! Da haben wir das Imperium wieder in die Flucht geschlagen. Bedeutet aber auch wieder 1300 Credits für eine Raumstation. Das nervt mich. Wir müssen Bannomir oder Fair Rail Junction einnehmen. Hier bei Merkur. Oh, aber wenn wir da nochmal 1200 Credits ausgeben, dann haben wir kein Geld mehr. Aber ja, müssen wir. Sehr ein Pedal. Ein Luke-Ralk und ein Invincible mit der Flotte. Absolut kein Problem. Der Luke-Ralk wird trotzdem seine Zeit brauchen, um vernichtet zu werden. Ähm, aber großartig problematisch sehe ich das Ganze jetzt hier nicht. Wenn wir denn beginnen können. Den knall ich hier direkt vor, genauso wie den und den. Thrawn und der andere Sternenzerstörer dürfen sich um ihn kümmern. Den Ifodio ein bisschen weiter hinten und den Commander Stand ebenfalls. Hier rein, hier drauf, du hier drauf. Luke, wir beiden Sternenzerstörer hier drauf. Wir machen eine volle Feierkraft. Ist jetzt die Sterngalonen durch Zufall einfach schon vernichtet worden? Das wäre natürlich Ironie pur. Gehe bitte hier drauf, du hier drauf und der hat schon keine Schilde mehr. Perfekt. Nehmt die Raketenwerfer bitte. Gehst auf die Engines. Gehst hier ebenfalls auf die Engines. Nicht, dass die fliehen und ich das nicht merke. Hätte ich keinen Bock drauf. Mega, so sind die Uruzide. Sehr schön, die beiden Sternenzerstörer dürfen hier sind draus. Und, wie gesagt, nicht wirklich schlimm. Ealschar mal jetzt auch. Und dann können wir die Flotte jetzt hier bei Ealschar platzieren und dann so Richtung Kauron und so gehen. Ist das Kauron? Tengreen auf jeden Fall mit Sinch. Wird nicht einfach, Sinch zu vernichten, aber... Mal schauen. Ihr dürft jetzt nach Ealschar und die Flotte von Ealschar da auch nach Kaurosand. Kaurosand kriegt direkt eine Hyperplastik an. Und haben wir jetzt hier bei Merkur eine Raumstation. Sehr schön. Hier brauchen wir auch gerade eine Raumstation. Und wir brauchen eine Hyperplastik an. Damit haben wir zwar kein Geld mehr, aber das muss einfach sein. Und als nächstes müsste dann hier mal wieder so der ein oder andere Syndic kommen. Die wollen wieder nach Dathomir. Das kann nicht wahr sein. Oder war es das... Ah ja, aber gut. Hier ist wirklich Kauron. Da hatte ich recht. Das heißt, so Kauron, Tengreen, Fairy Junction, Sereno, Telosphere. Das wären so. Es sei denn natürlich, wir wollen hier das über hier aufrollen. Aber so oder so machen wir einfach 20.000 neue Fronten auf. Wird nicht einfach. Aber mit dem Blick auf die Uhr war es das auch für heute. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es das hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.